Hallo meine lieben Freunde und Damen natürlich herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Final Fantasy mit mir, dem Shardogs. Und wir sind hier immer noch im Lichterwald, haben gerade im Kampf übel ins Gesicht gekriegt, sagen wir mal so. Und jetzt müssen wir erstmal kurz wieder den Schaden heilen. Alter, das lief gerade im letzten Battle ganz schön crazy. Ich hatte das Gefühl gehabt, wir haben uns gerade voll geheilt und irgendwie ist trotzdem Rain komplett umgefallen. Also komplett aus dem Leben genockt. Ihr fragt mich, was das gerade war. Es war auf jeden Fall super weird. Naja, unsere Mission bleibt auf jeden Fall bestehen. Wir haben unseren Mu auf Level 10 gebracht, haben den Prisma gelernt im Board und können jetzt demnach Fluss-Mus einfangen. Und ich hoffe, das werden wir jetzt gleich tun. So. Einen Vital-Samen, das ist doch genau das, was ich brauche. So, jetzt einfach nur nicht... Mist bauen. Also. Fri-Fri, wenn ich dir Heal gebe, wäre das Waste? Depends on, ne? Du hast nicht mal einen freien Slot, also... Glaube ich... Wird das nix. Wäre aber auch cool, wenn ich heilen könnte mit dem Chard. Nein. 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 Ja, aber hier weiß ich... A, nicht wie ich den benutze. Und B... Ja, das Ding ist, wenn ich da einmal einen Vital-Samen reingesetzt habe, weiß ich nicht, ob ich den... Also, klar, ich kann den austauschen. Ich weiß nur nicht, ob ich dann dem noch einen anderen Miragen geben kann. Ich will die Dinge einfach wirklich Pokémon nennen, einfach. Du... Okay, alles klar. Battle! So, da haben wir wieder die doppelköpfigen, kleinen, süßen. So, ich würde sagen, die eliminieren wir... Ach, perfekt, super. Als erstes... Erstmal die zwei Dechse weg. So, die haben ja auch gar nicht so viel Leben. Ich finde es schade, dass man, wenn man dieses Quick-Menü hat zum Angreifen, wenn man angreift, dass die irgendeinen angreifen. Und man muss halt das normale Menü verwenden, um halt diese Auswahl zu haben. So, jetzt nochmal gucken. Wind. Wind, Wind, Wind. Kann ich Wind machen? Wartet mal eben. So, wir wollen das Ding ja nicht töten. Wir wollen es ja auch einfangen. Äh, wie war nochmal? Donner. Null. Resistenz. Feuer ist auch ganz gut. So. Na, warte mal. Äh... Ich kann es einfangen? Ne, kann ich nicht. Okay. So, und zwar... Hätte ich jetzt einfach probiert... Feuer. So. Gut. Es ist fangbar. Ach. Ist klar. Jetzt lässt du dich fangen. Mhm. Easy. So, mit seinem giftigen Schnabel kann dieser Vogel von einer Mirage seine Beute... Äh, seine Beutel, jo. Seine Beute manchen mit einem Schlag töten. Seine... Ach so. Ach, das war das. Hey, Junge, das ist doch einfach krank. Seine Augenbrauen sind aber auch sehr beachtlich. Ja, dankeschön. Finde ich aber auch. Ich bin mir sicher. Yes. Please. Yes. Okay. Ach so, ich muss was im Tresor verstauen. Ja, ich hab doch jetzt mein... Oh, das ist eine gute Frage. Kann ich das Ding jetzt einfach verstauen? Ah, ich denke, die zwei Dechse werde ich jetzt erstmal nicht verwenden in näherer Zukunft. Deswegen das vielleicht erstmal weg. Also, es kann sein, dass ich einen Moo schon wegpacken kann, weil ich hab den Splitter schon gelernt. Ich bin aber gerade nicht 100% safe. Deswegen machen wir es einfach so auf diesem Wege. Dude, yes! Hat eine Mirage die Fertigkeit Spritz zu erlernen, können Lann und Rain auf ihr reiten. Das macht nicht nur Spaß, sondern bringt die Zwillinge schneller voran und öffnet ihnen neue Wege. Jawohl. Ah ja. Drücke hoch, um Lann und Rain auf eine Mirage aufteigen zu lassen zwischen all den Miragen in deiner Gruppe, die Spritz zu beherrschen, hin- und herzuschalten. Hä? Okay. Ja, interesting. Ja, und da kommt wieder dieser Aspekt ins Spiel, auch mal die Kleinen zu leveln. Also, ich hab kein Feuer, aber ich hab Flamme. Das könnte doch passen. Das ist eine von in der Rose, das patenteden Sizzle-Symbol. Hat sie es patented? Das ist deine Kugel, um die Mirage zu erlernen, die die Sizzle-Abilität gelernt hat. Und wenn du nicht eine Mirage mit der Sizzle-Abilität noch nicht, Anzünden. Ach, du hast Anzünden tatsächlich gelernt. Ja? Haben wir? Flamme, ja. Anzünden auch? Hä? Kann ich das einmal kurz überprüfen? Bin ich blind? Ah, da oben. Ach, das ist das allererste. Ach, never mind. Okay. Alles klar. Das Sternchen-Symbol ist aber jetzt echt mittlerweile unten rechts. Bin ich einmal falsch gelaufen? Ich laufe die ganze Zeit nur nach links, weil ich immer vermute, dass links irgendwelche Schätze sind. Ey, dieser Wald ist verdammt riesig. Das ist ja unglaublich. Ja, wow. Und das sieht hier aus wie eine Map, die sich immer und immer wieder wiederholt, bis man den richtigen Weg gegangen ist. Safe oder kein Safe? Ja, macht jetzt gerade so ein bisschen den Anschein. Gehe ich halt oben links lang. Ah ja, okay. Das sieht. Wisst ihr was? Ich habe keine Ahnung. Jetzt nimmt mich das Game gerade komplett auseinander. Äh, ja, cool. Jetzt lande ich, ja, okay. Oder vielleicht hat es sich doch nicht wiederholt und ich dachte, es wird sich wiederholen. Oh, Junge. Okay. Hier geht es zumindest. Sind wir hier vorhin vorbeigelaufen? Hier haben wir doch gerade das Zeug angezündet, oder? Ich laufe jetzt aber hier lang. Komme, was wolle. So, äh, Kukadrice haben wir gefangen. Alles gefangen. Ja, wir können alles kaputt machen, würde ich sagen. Oh, mein Gott. Ich habe hier ein Speicherkristall. Das ist ja völlig unglaublich, dass ich das noch erleben darf. Jawohl, ja. Ah, und hier haben wir die Möglichkeit zu reisen. Oh, geil. Wait a second. Isn't that... Juna? Ich klicke das Ding einfach mal an. Weiß nicht, ob wir es müssen. It is Juna. Ja, ich klicke das Ding einfach mal an. Das ist so schön! Warte mal. Ich weiß, dass ich das schon gesehen habe. Aber wo? Ich kann nicht erinnern. Gianten, mit dem Mirage? Es ist klar, die zwei von Ihnen nicht aus Grimmau. Ich habe total vergessen, zu schnauern. Ja, wir haben auch ein bisschen vergessen. Was ist dein Name? Du kennst, das Staph. Mein Name ist Yuna. Sind Sie heralds? Sie haben mehr von Ihnen gelegt, um uns zu schnauern? Ihr Kind hat schon genug Chaos gebracht in diese Welt. Das Letzte, was ich jetzt erwartet hätte, wäre, gegen Yuna zu kämpfen. What the... I don't understand it. Why is she so mad at us? Yeah, Ron. What did you do anyway? What do I do? Why is it my fault? Nice! Das ist ja echt cool. Ähm. Also, ich habe mit FFX gelernt. Auf das Medium gehen ist ganz... Gut. Die hat nicht so viel HP. Lul. Ähm. So, wen analisieren... Ja, okay. Stimmt. Sie hat wirklich nicht viel. Äh... Ich analysiere jetzt einfach mal Yuna. Kann nicht eingefangen werden. Ist aber auch eine Mirage. Ah ja. Okay. Naja, den müssen wir nochmal extra analysieren. Gut. Mach ich. So, Rain. Du bist dran. Du darfst gerne nochmal Yuna boxen, wenn du willst. Und du analysierst jetzt... Weil Fahres. So. Schauen wir mal rein. Äh... Resistenzen. Eis minus 50. Ah ja. Okay. Wo macht das denn Sinn? Wind. Ah. Plus 50. Macht Sinn. Licht, dunkel. Aha. Okay. Tja. Ich frage mich, was passiert, wenn wir Yuna... Okay, das habe ich auch nicht erwartet. Wenn wir Yuna zuerst umlegen. Aber hat sich erledigt. Die sind ja jetzt eh zusammen. So. Eis. Habe ich denn Eis? Ich bin nicht so der Eistyp, ne? Blitz ist auch nicht so jetzt unser Ding. Ah, sehr doof. Dunkel haben wir auch nicht. Ah. Ah, ich kann leider nicht glänzen mit irgendeinem elementaren Vorteil. Flamme, Kreuzprügel... Puh. Macht das denn vergleichsweise viel Schaden? Nee. Das ist halt ein AOE-Spell. Boah. Laserstrahl. Da war er schon. So wie wir in Kenny ausfallen, wenn sie es sehen. Wir sollten vielleicht mal deine Heilkünsten üben. Äh, Pfeilen, meine ich. Protis? Ja, Moment. Das habe ich aber auch. Das kann ich auch. Ah ja. Jetzt fängt die auch an zu heilen. Protis. Schützt mich das denn? Auch vor Laserstrahl? Das werden wir gleich herausfinden. Ah, du hast jetzt auch Protis. Herzlichen Glückwunsch. Kraftschub. Funktioniert das so ähnlich wie Harte Tour in... Final Fantasy X und kann jetzt ein bisschen mehr Damage machen. Wobei, die haben auch Protis, ne? Ha, probieren wir es mal mit Doppelstoß. Hat jetzt nicht wirklich viel gemacht. Ah. Autsch. Tja. Ich würde sagen... Da schmeißen wir meinen Trank rein. Oh, shit. That's bad. That's bad. That's bad. Puh. Okay. Nein, äh. So. Get together, boys and girls. So. Und du. Du, 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 du. Benutzt einen super Trank. Ey. Jetzt übertreib doch nicht. Ich komme aus dem Hall nicht mehr raus. Naja, trennt euch mal. Ich hab das nicht... Ich hab das Gefühl, das ist nicht gut, wenn ihr da oben auf dem Kopf sitzt. Valum, okay. Jesus. Ah, Leute. Bringt den Stapel zu Fall. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Weil wenn er uns nochmal angreift, haben wir ein Problem. Ja. Let's try. Perfekt. Jetzt hoffe ich, dass da kein Laserstrahl mehr gewirkt werden kann. Wenn ich jetzt einfach voll knallhart da drauf gehen kann. Oder safe is safe? Safe is safe. So, Yuna. Ich würd sagen... Achso. Die ist schon KO. Jetzt ist... Nur noch Falfaris am Start. Ah, ja. Ja, ich glaub, den können wir jetzt einfach cheesen. Der macht ja wohl kein Laserstrahl mehr, wenn Yuna down ist, oder? Glaub nämlich, dass es ein Special ist. Perfekt. Perfekt. Hä? Es steht einfach immer wieder auf. Falfaris. Bleib liegen jetzt. Du Schuft. Hier. Doppelstoß. Let's do it. So, ich erwarte hier fette Belohnungen. 4.400 EP. Hui. War schon ein bisschen knackiger, der Boss. Naja, waren jetzt vielleicht aber auch nicht die besten Voraussetzungen für den Fight. Du hast die Erinnerung auf Falfaris erhalten. Okay. Okay. The way you use mirages, only Luz Farna ever held such power over them. Tell me, who are you? Huh? Luz Farna, you said? But that's our mother. Hey, you're right. That was her name. Uh, listen, you wouldn't happen to know this Luz Farna. Let me show you something. Let me show you something. Huh? That's the earring. The same one Mom used to wear. What? Then, it's her? Right. I knew I recognized it. The ornament on Yuna's staff. Roughly 100 years ago, a champion from another world saved Grimoire. Her name was Luz Farna. Huh? Mom did that? But, a hundred years. It doesn't make sense. Mom's a champion? And this is some kind of monument to her? So, you keep saying that Lady Luz was your mother. Again, may I ask who you are? Well, uh... No memory? That is strange. Do you think you might be able to tell us a little more about Lady Luz? We'd appreciate anything at all. I'm sorry. I only know the common legends. The ones Grimoire's people have grown up with. Fine. We'll take anything. Sometime around a century ago, The world of Grimoire was nearly destroyed by a being that has come to be known as the Demon Dyer. Luz Farna prevented this by creating the Ultima Game, a bridge to salvation from which she summoned three heralds straight from the realm of the gods. Thus, she became Grimoire's champion. That definitely sounds like something out of mythology. Bridging the gap between worlds is a seriously accomplishment. She must have been amazing. That she was. But sadly, even though she managed to save the world from the Demon Dyad, the heralds, all three of them chose to remain here in Grimoire. And one of them is now Brandylus, king of Bahamut. Huh? But Bahamut? That's the Federation that attacked Cornelia. Yes. After they finished saving the world, Brandylus and the others harnessed a legion of new mirages and slowly took control of Grimoire's lands, building a powerful Federation for a region of new mirages. Ron, you don't think there's any connection to the ones we lost, do you? Wait, that's not possible. We're talking about a hundred years ago. But where have we been? Nightwood Hills, which Anna Crow told us, was a world without time. Right, Tama? Right there you are! Compared to other the worlds, the concept of time there is, let's say, more than a little bit the unusual. So, if you want to know just the how long you were there, there's really been no way to measure. Dude, what? Um, if you don't mind my asking, whatever happened to Lady Luce? After the Heralds came, unfortunately, we don't know for sure. Some say summoning the Heralds was an act that cost her her life, while others say she lives as a prisoner in the Heralds' castle. Her freedom lost forever. Prisoner? What? Well, then, where can we find this castle? I wish I could help, but I don't know where to find it. Not just me. No one. Not even the soldiers in their army. They say Brandalus keeps its whereabouts a secret. Huh? How do you hide a big honking castle? Hey, take it easy! Come on. It's a legend. Are you really gonna get all worked up over something carved on a rock? They share the same name. That doesn't automatically have to mean they're the same person. Well, yeah, maybe not. But you can't try and tell me this is just a coincidence. Would you listen? All the stuff we're remembering? Like Mom's name? What if it turns out none of it is true? But, I guess there's no point in telling Lon that. What is it already? Oh, just forget it. If it's Bahamut that you're after, you should start in one of the Federation's member states and do your asking around there. Cerronea lies further north. I believe they just joined the Federation. What? Dude, what? But I thought Cerronea was the place we're going to. Then Princess Sarah must not have known. Oh, well. We've already made it this far. Yeah. We wouldn't be very good emissaries if we turned back now. And we did promise to ask about the League of S. I'm real sorry I raised my voice of you. I know you were trying to help us out. So thanks. No. I should be sorry for attacking you. It was wrong to accuse you of being something you're clearly not. So, wir haben uns jetzt alle lieb und alles ist toll. Wow. Das ist immer interessant. Das ist ja jetzt hier gerade eine Wendung. Die hätte ich mir jetzt überhaupt nicht erträumt tatsächlich. Aber finde ich echt cool. Finde ich super nice. Und by the way, nice Soundtrack, right? Cool. Okay. Boys and Girls. Ich würde sagen, dann machen wir an dieser Stelle jetzt erstmal ein kleines Päuschen. und wir sehen uns das nächste Mal in aller Frische wieder. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns das nächste Mal.